Hallo aus dem wunderschönen Luxemburg. Wir gehen heute eine Strecke von rund 5,5 Kilometern. Wir sind mit den Kindern unterwegs und freuen uns schon auf alles, was wir entdecken werden. Untertitelung des ZDF, 2020 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 5,5 Kilometer geschafft, die Kinder haben super mitgemacht und jetzt geht es zurück in unseren Ferienpark und dann gehen wir ins Schwimmbad. Bis demnächst!